Herzlich willkommen auf unserer Website, herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Vierteljahrhundert ist jetzt vergangen seit der friedlichen Revolution im Herbst 1989, seit dem Fall der Mauer am 9. November, der das Tor weit aufgemacht hat für das Zusammenwachsen der Deutschen in Ost und in West. Seit dem 3. Oktober 1990 leben wir in einem geeinten Deutschland. Die Menschen in Ostdeutschland, die Menschen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, haben die Chancen der Einheit gut genutzt. Sie haben sich mutig auf den Weg gemacht, haben sich nicht beirren lassen, haben sich in einem fremden Wirtschaftssystem, in einem für sie neuen Rechtssystem zusammengefunden, haben Schwierigkeiten überwunden, sich nicht entmutigen lassen. Und am Ende können wir sagen, wir in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesen 25 Jahren einen erfolgreichen Aufholprozess bewältigt. Wir können sehr stolz sein auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Hier auf dieser Website wollen wir Sie während des gesamten Jubiläumsjahres begleiten. Wir wollen Ihnen Tipps geben für Veranstaltungen, für Diskussionen. Wir wollen Ihnen Geschichten erzählen aus den 25 Jahren. Und vor allem wollen wir mit Ihnen in Kontakt bleiben. Wir wollen Sie bitten, teilen Sie uns Ihre Gedanken mit, Ihre Fragen. Diskutieren Sie mit uns, begleiten Sie das gesamte Jubiläumsjahr hier auf dieser Website. Noch einmal herzlich willkommen und besuchen Sie uns wieder hier auf der Website und im Land. Alles Gute.